Wie geht's? Wie steht's? Heitlich willkommen auf ein neues Video. Heute machen wir ein Epic Winz Epic Fels Video und lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr nächstes haben möchtet und let's go meine Freunde. Boah, die alte Season 10. Lama im Auto. Beste. Lama am Steuer, dass wir teuer aufwählen. No way, no way. No, no, no. Nein. Einfach mal aus der Zone geschleudert und ins Wasser. What? Ich habe diesen No-Scope gesehen. Und zack. Kammer. Kammer. Oh! Ey, wenn du das überlebt. Nö, doch lad. Nice. Ganzes Squat. Und tot und jetzt steh. Mach hoch. Ja, easy. Hä? Hä? Oh mein F*****er! Hey, Brä! Oh mein F*****er! Und tot! Schreibt mal in die Kommentare, wenn du auch so was ähnliches passiert ist. Da hat ihr die größten Glückspilze in Fortnite einfach. Oh mein Gott. Alles klar. Boah, aber wie, here we go. Boah, feiert ihr diesen Modus? Der Boden ist Lava in Fortnite. Beste. Aber was ich nicht so feiere, wenn in Boden ist Lava, es geht nur so 1, 2 Mets, so 1, Mets, 3 Mets und dann so. Es geht so langsam, ich hätte es mir so gefallen, wenn es so, jede Sekunde so 10 Sekunden, also 10 Mets ist der Beste. Und Hala. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Komplett Wer ist das? Sowas? Marshmallow Easter Marshmallow Karma krasiert Easter Magnite Okay Leute, jetzt kommen wir zu den Epic Wills Ich hoffe die werden jetzt sehr knackig No Scope easy Der ist einfach so unreal Nooo Er hat einfach zweimal geschossen, zweimal No Scope getroffen Boah Ganzes Digga Für die Ehre genommen Okay Jetzt No Scope Okay, das war stark Was? Für 200 Meter easy Okay, kann man mal raus machen Boah Der hat geschmeckt Hu 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 Alter Boah, LMG Beste Mein Freund sagt immer zu dieser Woche Die ist zu OP Nein Wer hätte das hinbekommen Los go Boah Boah Leute In Season 10 ist mir auch sowas passiert Also mein Ich hab also Random Teams gespielt Das war auch One Shot Da hab ich einfach so rumgeschossen Das war der letzte Gegner Ich hab einfach so Ein Einfach ein 90er Headshot gegeben Der ist gestorben Das war Der Beste Da war ich noch ein Also richtig losty boy Einfach Glück Glück einfach Hab ich getroffen Blau Mützel Läuft Goody Woah ganze Squad Boah Boah Ein Pro Mit Hammerbord Bei einem OG Ghoul Trooper Alles klar Alles klar Gle Das ist geil Prozent die Räume Heldung die die Städte die wohl Köln die Kälte gut gut ein Wort auf die und das das ist alles okay Die armen Gegner haben so kassiert. Oh, Nosekos. Und flexen und zack. Bam. Oh, nice. Boah, wer hat früher diese Dinge gefeiert? Oh, my God. Oh, my God. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Schreibt's mal gerne in die Kommentare, was ihr nächstes haben möchtet. Ein Papel-G-Video, vielleicht mit üppigem Sieg. Oder weiter so Cola Life, also Lifehacks. Oder mehrere Teile von Wins, Epid Fails. Und lasst gerne ein Like, Like, Like und ein Abo da. Und haut rein und ciao, meine Freunde. Und los. Genau. Okay.